Das Versprechen, was die Union jetzt macht, ist ein Täuschungsmanöver. Diejenigen, die es heute geben, wissen schon, sie werden es selbst nicht einhalten. Wir müssen in Deutschland dazu kommen, dass der Investitionsstau aufgehoben wird. Es sind 118 Milliarden Euro, die fehlen bei Straßen, bei Brücken, bei Turnhallen, bei Schulen. Ich finde es eine Zumutung, diese Probleme in den Kommunen, die die Alltagsprobleme der Leute sind, zu ignorieren und ein Steuerversprechen zu machen, was man nicht einhalten kann. Das ist ein Versprechen, was heute gemacht wird angesichts einer guten konjunkturellen Lage. Und es ist zugleich ein Versprechen, für das die Rechnung später kommt. Das hat nichts mehr zu tun mit Zukunftsfestigkeit, schon gar nicht mit Generationengerechtigkeit. Wir brauchen seriöse Verhandlungen mit Bund, mit Ländern und Kommunen über die Zukunft des Solidaritätszuschlages. Der muss helfen, dass diejenigen, die mehr Unterstützung brauchen, dass die strukturschwachen Regionen in Deutschland auf die Beine kommen. Zum Kindergeldstreit muss man Folgendes sagen. Natürlich sind jedem 10 Euro lieber als 6 Euro. Aber das geht an den Problemen der Familien definitiv vorbei. Am gleichen Tag wird festgestellt, dass im Jahr 2014 184.000 Kita-Plätze fehlen. Und Frau Schwesig kämpft nicht dafür. Wir stellen gleichzeitig fest, wir haben über 2 Millionen Kinder, die in Armut leben. Und Frau Schwesig kämpft nicht dafür. Wir stellen fest, dass wir eine Situation haben, in der Sozialarbeiterstellen in Schulen gestrichen werden müssen. Und Frau Schwesig kämpft nicht dafür. Ich sage ganz klar und deutlich, wir müssen die Kinderarmut bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Situation der Alleinerziehenden sich verbessert. Ungefähr die Hälfte der Kinder wächst bei Alleinerziehenden auf und ein Großteil derjenigen lebt in prekären Verhältnissen. Wenn Frau Schwesig für die Verbesserung der Situation der Alleinerziehenden kämpft, dann hat sie mich an ihrer Seite. Wenn sie dafür kämpft, dass die Situation der Kinder, die heute in Armut leben, verbessert wird, dann hat Frau Schwesig mich an ihrer Seite. Der Kindergeldstreit lenkt ab von den eigentlichen Problemen der Familien und der Kinder in Deutschland. Vielen Dank.